mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, guten Abend. Die Streiks an der polnischen Ostseeküste haben heute auf weitere Landesteile übergegriffen. Arbeitsniederlegungen werden aus Lodz und erstmals auch aus der schlesischen Metropole Breslau gemeldet. Unterdessen haben auf dem Gelände der Danziger Leninwerft neue Verhandlungen zwischen dem überbetrieblichen Streikkomitee und der Regierungskommission aus Warschau begonnen. Sie treten jedoch offensichtlich auf der Stelle. Die Streiklage stellt sich nach den vorliegenden Berichten zur Stunde so dar. In Breslau ruht nach Angaben des örtlichen Rundfunks der öffentliche Nahverkehr. Außerdem seien einige staatliche Unternehmen lahmgelegt. Wie verlautet werden in der schlesischen Stadt ein Waggonbauwerk, eine Werft für Lastkähne sowie zwei Elektrobetriebe bestreikt. In Lodz fahren seit heute Morgen 10 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr. Hier wird ebenso wie in Breslau von Solidaritätsaktionen für die Streikenden an der Ostseeküste gesprochen. Allein in der Dreierstadt Danzig-Zopport-Gedingen soll sich die Anzahl der bestreikten Betriebe heute auf 480 erhöht haben. 300.000 Menschen befänden sich im Ausstand. In Stettin bezeichnete der dortige Rundfunk die Lage als besonders kritisch. Die Beschäftigten von 30 weiteren Betrieben sollen sich dort im Laufe des Tages dem Ausstand angeschlossen haben. Auch in Elbing ruhen der öffentliche Nahverkehr und die Arbeit im Hafen. Die Verhandlungen, in der Danziger Lenin werft, sind vor allem deshalb festgefahren, weil die Streikenden auf der Gründung freier Gewerkschaften waren. Das aber lehnt der stellvertretende Ministerpräsident Jagielski als Leiter der Regierungskommission weiter ab. Streikfrüher Valenza erklärte, nur wenn die politische Führung in diesem Punkt nachgebe, sei der Streikkomitee unter Umständen bereit, einige der übrigen 20 Forderungen fallen zu lassen. Immer mehr etablieren sich die Streikenden in der Lenin werft als Ordnungsmacht. Inzwischen werden sogar Pressekonferenzen abgehalten. Bedingungen für weitere Gespräche, so sagt der Sprecher hier, ist die Aufhebung der Telefonblockade. Das war gestern. Auch eine andere Bedingung wurde inzwischen von der Regierung erfüllt, über das Danziger Radio oder ein Mitschnitt der Diskussion zwischen Regierungsdelegation und Streikkomitee übertragen. Die polnische Führung beweist in diesen Tagen ein bemerkenswertes Nervenkostüm. Horschau ist entschlossen, ohne Aufgabe des sozialistischen Systems, demokratische Reife zu beweisen. Den Konflikt friedlich beizulegen, ist oberstes Ziel aller Beteiligten. Den Streikenden in Danzig rief Kardinal Wischinski heute aus dem Wallfahrtsort Częstochau zu, Ordnung, Ruhe und Arbeitsfrieden seien im Moment das Wichtigste in Polen. Doch die Arbeiter sind entschlossen, ihre Sache durchzustehen. Mit halben Versprechungen wollen sie sich nicht zufrieden geben. Inzwischen hat sich der Streik ausgeweitet. Auch in Breslau, hier Archivbilder aus der schlesischen Hauptstadt, haben Beschäftigte aus Solidarität die Arbeit niedergelegt. Führung und Streikkomitee haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen die soziale Bewegung in Polen nicht aus dem Ruder laufen lassen. Doch die Partei ist entschlossen, ihre Prinzipien nicht aufzugeben und die Streikenden werden ihre Trümpfe nicht aus der Hand legen. Bis 600 Betten haben die beiden größten deutschen Reiseveranstalter ständig in der Dreistadt während der Saison gemietet. Aber in diesem Jahr fahren sie, die deutschen Touristen, früher als geplant mit dem letzten Sonderzug nach Deutschland zurück. Denn die Fähre, die eigentlich das beliebtere Transportmittel ist, die fährt nicht, weil sie nicht in polnische Gewässer einfahren durfte. 1.200 Reisende fallen so in der Jahresbilanz der Reiseveranstalter aus. Drei Wochen wollten wir bleiben. Haben Sie was vom Streik gemerkt? Eigentlich nicht, aber ich gesehen habe, dass die Leute... Aber wie war es denn mit dem Hotelessen? Bitte? Wie war es mit dem Hotelessen? Ist gut. Also wir sind zufrieden gewesen, ja, doch. Für die Touristen wie für die Bewohner der Dreistadt wird das Leben langsam schwieriger. Zwar wird weiter für die Zufuhr von Grundnahrungsmitteln gesorgt, sodass niemand hungern oder frieren muss, doch je länger der Ausstand dauert, desto problematischer werden die Folgen, nicht nur hier in Danzig, sondern im ganzen Land. In Warschau tagt heute eine Sitzung des Zentralrats der Gewerkschaften. Es geht um grundsätzliche Reformen des Gewerkschaftssystems in Polen, die der Führung durch die streikenden Arbeiter aufgezwungen worden sind. Dort hieß es heute, grundsätzliche Fehler lägen vor in der Sozial- und in der Gewerkschaftspolitik und die wichtigste Vorbedingung zur Verbesserung der Situation sei die Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit. Verschiedene Meinungen müssten anerkannt werden. Ein Schritt zur Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit. Die Gewerkschaft hat reagiert wie die Partei. Der Vorsitzende der Gewerkschaft ist soeben zurückgetreten. Der zurückgetretene Gewerkschaftschef Jan Schittlack hatte bereits am Sonntag seinen Sitz im Politbüro der polnischen KP verloren. Zum neuen Vorsitzenden des Gewerkschaftsverbandes wurde der Chef der Metallarbeitergewerkschaft Jankowski gewählt. Auf dem Gewerkschaftskongress in Warschau wurde ferner angekündigt, dass künftig für die Mitglieder der staatlich gelenkten Gewerkschaften ein Streikrecht eingeräumt wird. Zu den Ereignissen in Polen hat sich heute zum ersten Mal das sowjetische Außenministerium geäußert. Vor ausländischen Pressevertretern sagte ein Sprecher, es handele sich um eine rein innerpolnische Angelegenheit. Die Beziehungen zwischen Moskau und Warschau seien, so wörtlich, jetzt wie zuvor von vollem gegenseitigem Verstehen und von Zusammenarbeit auf allen Gebieten gekennzeichnet. Und nur noch einmal zu den Ereignissen in Polen. Kardinal Wyszynski, Primas von Polen, ging heute indirekt auf die Streiks im Lande ein. Soeben hat das polnische Fernsehen diese Bilder von der Predigtkanal Wyszynskys im Wallfahrtsort Częstochow veröffentlicht. Darin ermahnte der Kardinal die Nation zu Ruhe und Besonnenheit. Den Arbeitern räumte er zwar das Recht zum Streik ein, dies sei aber sehr kostspielig und schade der nationalen Wirtschaft und damit letztlich auch den Familien und jedem Menschen. Wyszynski wörtlich, je gewissenhafter wir arbeiten, desto weniger Schulden werden wir machen. Zu den Forderungen der Streikenden sagte der katholische Primas von Polen, sie könnten nur in Raten verwirklicht werden. Nicht alle Wünsche könnten schon heute erfüllt werden.